Im Rheingau ist die Weinlese gestartet. Bei mir ist der Winzermeister Stefan Seifert von Kloster Eberbach. Herr Seifert, viele Winzer gönnen den Trauben noch ein bisschen Sonne. Warum haben Sie jetzt schon angefangen mit der Weinlese? Wir haben hier eine ganz besondere Situation. Wir sind hier am Rüdesheimer Berg-Schlossberg. Wir haben hier einen Spätburgunder Kleinbärig, haben die Trauben vorbereitet wie ein großes Gewächs. Wir sind VDP-Weingut und diese Trauben haben jetzt heute 99 Grad Oechsle und für uns ist es wichtig, dass diese Spätburgunder oder Burgundersorten, große Burgunder, haben immer nicht ganz so viel Mostgewicht, nicht ganz so viel Alkohol. Die müssen auch noch ein bisschen fruchtig sein. Und das Problem ist, wenn die Mostgewichte über 100 gehen, dann wird das Ganze sehr, sehr marmeladig. Deshalb für uns wichtig, so unter der 100 Grad Oechsle-Marke zu bleiben und das haben wir heute. Wir haben ganz kleinbärige Trauben, hervorragende Qualität und die werden auch ganz, ganz schonend verarbeitet und das soll am Schluss ein großes GG geben, was dann auch in einem Preis liegt von 45, 50 Euro. Der Sommer war sehr heiß, warm und es gab viel Sonne. Ist das ein Problem? Was muss der Winzer tun, damit die Trauben gesund bleiben? Ja, wir Winzer haben momentan, es hat sich vieles verändert durch das Klima. Wir hatten letztes Jahr ein sehr trockenes Jahr. Dieses Jahr war das Jahr auch wieder sehr trocken, dass also im Unterboden fast gar kein Wasser mehr da ist. Dieses Jahr hat so etwas mehr geregnet, aber wir haben vieles zu tun, was also wichtig ist wegen dem Klima. Die Trauben werden, oder die Rebstöcke werden stärker entblättert. Das ist immer wichtig, dass man gesundes Lesegut hat, dass nicht zu viel Feuchtigkeit drin ist. Der Nachteil ist da wieder, dass Sonnenbrand entstehen kann, was dieses Jahr ganz stark war. Wir haben also teilweise haben Winzer Ausfälle bis zu 50 Prozent durch Sonnenbrand und das ist halt wirklich sehr schwierig. Deshalb, man muss da einen Mittelweg finden, die Trauben nur leicht zu entblättern und vor allen Dingen von der sonnenabgewandten Seite, dass also der Sonnenbrand da kein Problem macht, aber trotzdem luftige Laubwand hat oder Traubenzone, dass die Trauben nicht faulen. Und dann muss man halt auch gucken, wann man die Trauben erntet. Dieses Jahr ist es total verrückt. Es ist alles gleichzeitig teilweise reif. Normal ist es bei uns immer so, an der Bergstraße geht es los, dann gehen wir Richtung Hochheim, dann gehen wir meistens Richtung Rüdesheim. Dieses Jahr ist der Spätburgunder teilweise hinter dem Riesling. Es ist total verrückt. Also deshalb, wir gucken immer ganz speziell, machen viele Traubenproben, wo gehen wir als erstes hin. Aber es hat sich halt vieles verändert. Die Winzer hoffen jetzt auf drei, vier Wochen gutes Wetter. Wie sind die Aussichten für den Jahrgang? Also ich glaube, es gibt einen sehr guten Jahrgang. Wir müssen uns aber eins klar sein, ein Mostgewicht ist nicht mehr alles. Wichtig ist, die Trauben muss schmecken, muss reif sein und das ist gegeben. Und wir müssen im richtigen Moment auch die Trauben ernten. Momentan sieht die Wetterlage sehr, sehr gut aus. Jetzt am Wochenende soll es ja noch mal richtig heiß werden. Wichtig ist, dass es jetzt nicht mehr eine längere Regen- oder Nassperiode gäbe. Dann würden sich teilweise Trauben abdrücken. Es würde Fäulnis entstehen. Wenn es jetzt trocken bleiben würde, denke ich, ist das sehr, sehr gut. Aber wir werden im Ertrag niedriger liegen wie im Vorjahr. Also teilweise bis zur Hälfte weniger. Und das kommt halt dadurch, dass es Böden gibt, die also nicht so stark trainiert sind, also weniger Wasser im Boden ist. Da sind die Trauben teilweise halb so dick wie in Lagen, wo man jetzt stärkere, also mehr Wasserkapazität im Boden hat. Da hat man also extreme Unterschiede. Aber ich denke, im großen Ganzen wird das ein sehr guter Jahrgang. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und zum Wohl!